Und weiter geht's mit... James and Star, hol dich hier raus! Mit dabei Paluten, Hand of Blood, LeFloid oder doch Frodo, Rezo, Gronkh, Coldmirror und Kelly aka Mrs. Vlog. Viel Spaß bei der heutigen Folge Das Sims 4 Dschungelcamp. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4, das Dschungelcamp, i bims ein Star und Franz. Mich hier raus. Nee, mich bitte. Nee, halt, Moment, Moment, Moment. Bitte mich. Irgendjemanden dieser Dudes wird rausgeholt. Ja, und zwar von euch. Ihr entscheidet das Ganze, ihr dürft wieder voten, da ist ein Link in der Videobeschreibung zu einem neuen Straw Poll. Strapol, Strapol, ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Strapol. Umfrage. Genau. Das ist Umfrage. Und da könnt ihr für euren Liebling abstimmen. Soll heißen, der, den ihr am meisten mögt, der im Camp bleiben soll, für den könnt ihr dort abstimmen. Einmal nur pro IP-Adresse, also, ne? Also, schließt euch mit euren Geschwistern kurz, wer denn tatsächlich da sein möchte. Fragt nochmal eure Oma, die natürlich im gleichen Netz mit euch hängt. Damit ihr sicher seid, dass alle den gleichen Geschmack haben. Die Oma mag wahrscheinlich Kronk viel mehr. Dabei bist du voll der Fan von Kelly und Rezo. Es gibt Beef in der Familie. Apropos Beef. Apropos Beef. Wir hatten verdammt viel Beef diese Woche. Also, oh, Kelly ist nackt. Oh, Beef. Apropos Beef. Ja, also, wir hatten eine Menge Beef um die damals noch nackte Kelly. Ist halt mal Kelly. Ist okay, die können sich ja abwechseln. Und zwar Rezo und Kelly. Die haben ja so ein bisschen angebandelt. Wehe. Geh da weg, Paluden. Und Paluden hat ein bisschen dazwischen gefunkt. Das macht er auch immer. Der läuft immer so um sie drumherum. Und so an ihr vorbei. Und durch die Durch. Durch die Durch. Was tust du da? Oh mein Gott, Paluden ist fremdgesteuert. Bestimmt durch die ganzen Chemtrails in der Luft. Oh. Ich wollte gerade sagen, Rezo ist ins Zelt gegangen und Kelly nicht. Und jetzt geht Kelly weg und Paluden geht ihr hinterher. What? Also, es gab ja mal so ein kleines, bisschen techtelmächteliges. Rezo und Kelly. Naja, nur so ein bisschen schmusi schmusi. Paluden, Kelly, hi. Rezo. Ja, das war wirklich so. Der war wirklich traurig. Zurecht. Außer in der Nähe des Lagerfors. Der war immer happy, weil es da so hübsch ist. Das ist halt so. Und Paluden hat das Glück gepachtet. Der hat ja, der hat ja, ähm, mehr oder weniger Jackpot hier, als da noch der Glücksbrunnen stand, äh, gewonnen. Au. Ah, die Toilette ist es. Es ist wieder die Toilette, um die sie sich alle prügeln. Kronkh hat mal wieder seine normalen Klamotten an. Unverschämtheit. Dafür kriegt das wieder gleich von mir richtig Ärger. Er hat da auf jeden Fall ins Camp geschmuggelt. Ja, und Rezo sitzt jetzt hier alleine und ärgert sich darüber, dass hier alles so schmutzig ist. Ich hab den extra so ein Jumanji-Spielzeug dahin geballert. Da können wir mal ein bisschen miteinander... Dann nix, das Kronkh, dann halt nix. Nee, ich glaub, da müssen wir sie mit der Nase drauf stupsen. Uh, da wird gedämmt, die nackte Kalle. Die nackte Kalle. Ist das so ein Hexentanz? Klatsch, 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 klatsch. Mit den Händen. Ja, ja, genau. Wir tanzen mit den Händen. Und dem Po backen. Aber okay, was ist ansonsten passiert? Also erstmal, Klangarn ist raus. Klangarn ist raus. Das müssen wir, glaube ich, noch mal als Revue passieren lassen. Wir haben aber noch genügend nackte. Ja, also auf jeden Fall haben wir genügend Pixel. Ja. Klangarn ist raus. LeFloid und Handoffblatt, die jetzt hier hinten auch durch die letzte Challenge auf der Insel eingeschwirt sind bei Julien Klos Grab, sind mehrfach aufeinander losgegangen. Handoffblatt hat einen Stärketrank getrunken und sieht aus wie Conan der Barbar. Aber sowas von Harkulä ist pur. LeFloid hat Gronkh zwei, drei Mal ausgedrungen. Ich glaube, drei Mal. Und dich. Ist dann auf die Moderatoren losgegangen. Das ist halt, ich rufe für LeFloid, rufe ich nicht an. Ne, weiß ich jetzt auch nicht. Bin mir nicht sicher. Sag ich mal. Ich will auch nicht, weiß noch nicht. Oh, was machen die beiden Schmutzfingern da in der Höhne zusammen? Uiuiuiui. Das wird bestimmt schmutzig. Was auch immer die treiben, ist das bestimmt schmutzig. Und meine Pinnwand ist voll. Das ist auch schmutzig. Weg damit. Sehr gut. Sauber. Und wir haben in der Zwischenzeit immer mal wieder auch Besuch von Julien Clow gehabt. Wir hatten verschiedenste Challenges. Wir hatten natürlich die verschiedensten Dschungelprüfungen. Und alles in allem kann man sagen, Dr. Bob ist gerne nackt und possiert für Bilder. Das war super verstörend. Ich hab davon geträumt. Das erklärt den unruhigen Schlaf und die lauten Schreie. Nein, nein, pack ihn da ein. Du bist nicht mal Doktor. Ich weiß gar nicht, ob Dr. Albus nicht vielleicht sogar echt einen Doktortitel hat. So was machst du als YouTuber. Vergessen wir die ganze Sache. Ja, die Problematik, die sich da auch ergeben hat, jetzt übrigens Julien Clow, da müssen wir mal die Verbindung zur physischen Welt stärken, damit er nicht aufhört zu spuken. Denn es hieß plötzlich, dass er vielleicht nicht mehr spuken. Was machen wir dann ohne den? Oh, da kann ich hin. Das ist ein Problem hier. Geh da mal jetzt, geh da hin jetzt und geh jetzt in Verbindung. Dann stelle ich den halt da hin. Dann machst du das halt da. Da, da. Ich hab da. Wir wissen, was er dann da macht. Ach so. Ey, Julien Clow, ohne dich habe ich doch gar keine aufregenden News zu berichten und so. Das ging mir doch gar nicht. Danke. Krass. Das können Vampire? Funktioniert. Können wir ein bisschen trauern um den? Das können alles, Sim. Ja. Das trauern wir noch ein bisschen im Julien Clow. Und dann können wir den beiden auch die Hecke wieder entfernen. Wir sind auf jeden Fall auf den Trichter gekommen, dass Hand of Blood und LeFloid, auch wenn sie sich die ganze Zeit geprügelt haben, durchaus eigentlich lieben können. Hassliebe? Ich glaube ja nicht. Ich glaube es nicht. Ich weiß nicht, was jetzt auf dieser Insel passiert ist in der Nacht. Die mussten zusammen kuscheln, weil es kalt war. Die waren die ganze Zeit lang, die waren beide zusammen die ganze Zeit lang in dieser Höhle. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, werden wir das herausfinden. Allerdings müssen wir von erstmal von dieser Insel herunterkommen. Oder werden wir mal sehen, wie das abläuft. Apropos, wenn wir die ganze Zeit von Julien Clow geredet haben. Rezo muss jetzt mal hier auf das Dschungelclow und muss dafür Kelly aus der Dusche scheuchen. Und sie ist wieder alle nicht in ihren Klamotten. Was ist da los? Ja, ja, und dann habe ich den mit dem Kopf gekackt und dann ist der explodiert. Naja, jedenfalls war das alles voll der Müll. Und dann haben sich die Leute beschwert, dass ich seit über einem Jahr hier keinen Harry-Podcast mehr fünf Minuten hochgeladen habe. Du hast mir geholfen. Du hast zu essen, du stinkst und bist nackt. Aha. Ja, und malen kann ich auch nicht. Das macht mich traurig. Ah, danke. Ja, gut zu wissen. Immer mal. Und die denke ich jetzt noch lange. Diese Kaddi. Ja, unglaublich. Fast wie meine Tochter Kelly. Nur dunkelhaarig. Uh, was ist das? Genau, es gab die Woche über verschiedene Tränke, die hier rumstanden. Neben dem Glücksbrunnen. Und wir vergessen halt auch immer, was das für Tränke sind. Deswegen freuen wir uns gerade, dass es hier einen Reparatur-Fix-Trank gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den jetzt Kronko mit dir trinken müsste, aber... Nö, der fühlt sich fit genug. Die sind erstaunlich fit alle aktuell. Bis auf Hand of Blood ist sie nicht so fit. Aber er sieht fit aus. Und Kaddi könnte halt echt mal duschen gehen. Kaddi, geh duschen. Kaddi, kann nicht duschen. Dann da ist Rezo. Oh, der singt so schön. Ähm, was wir gerade ganz gut gesehen haben, Hand of Blood hat sich an eine Schüssel genommen, nochmal hingesetzt, was gegessen. Und wo hat er sich hingesetzt? Auf die Kühltruhe. Und was kommt nächste Woche weg? Die Kühltruhe. Denn nächste Woche wird gehungert. Nächste Woche ist, ähm, die ganze Woche eigentlich eine Dschungelprüfung. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Denn die Leute, die ihr quasi im Camp haben wollt, dafür gebt ihr ja die Stimme. Und die müssen sich dann mit dem Hungern auseinandersetzen. Und Rezo braucht in irgendeiner Art und Weise mal eine Schulung, wie man eine Dusche benutzt. Ohne, dass man Wasser wegkommt. Da war eine halbe Stunde da drin. Über eine halbe Stunde. Oh je, nein, komm. Geh, das ist der Hütte mal auf. Die Kaddi stinkt. Reicht jetzt. Wenn du kacken musst, geh in den Busch. Oh mein Gott, dann geh du auch in den Busch. Gehen doch alle in den Busch. Oh, Hanno drängelt sich vor. Oh mein Gott, wie hätte es sich ernst so früh gedrängelt? Krass. Oder die ist so eklig. Was ist das für ein eklischer Haufen? Eklig war es auch die ganze Woche. Es hat gebrannt und gebrannt und gebrannt. An einem Tag waren alle nackt. Ja. Irgendwie hat jeder mal gestunken und war voll mit Kacke. Gleich brennt es wieder. Ja. Akkursiert auch da was reingeworfene. Brennt es doch nochmal sofort. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob nicht ihre Dämpfe dafür sorgen, dass das Feuer reingeworfen ist. Oh, nö. Was? Oh, Paluden. Paluden ist auch nackt. Die beiden können sich ja mal ein Zelt teilen. Finde ich sowieso. Also dieses Palmeli oder Cold Mooden? Nee, Palmeli. Nee, das ist ja Ken. Ach genau. Nein, nicht Palmeli. Pamero wäre es dann in dem Fall. Nein, Rally. Hashtag Rally. So. Approved von Kronk. Der will das auch. Der will Riso als Schwiegersohn. Ist mir auch nicht egal. Ich will nur was zu essen. Ich will nur was essen. Ich vermisse meine Pandoria. Wir müssen ihm mal so ein Pippchen ins Inventar legen. Ich glaube, man konnte den Zinsorgerpüppchen geben, die man... Das klingt schon wieder so wie Feuer. Paluden brennt. Oh, moin. Ach nee, ist die Kaddi. Ich kriege Onk auch. Ich habe es gerade eben, gerade eben habe ich den repariert. Und in dem Moment fängt er wieder an zu brennen. Oh, Rallye und Hanno sind sehr gut. Okay, alles klar. Und Paluden ist ein bisschen... Naja, der hätte zwar den Schlauch draußen, aber war gerade auf dem Klo. Hey, was ist los, Leute? Och Gott, ich habe es verpasst. Naja. Kaddi ist halt einfach sitzen geblieben. Ja. Eiskalt so. Ja, ist mir egal. Naja, wahrscheinlich nicht eiskalt. Aber trotzdem. Jetzt kann sie wenigstens duschen gehen. Ja, sie kann den Froststrahler benutzen. Und dann auch in dieser Woche hat sich ergeben, dass unsere Kaddi dieses wissenschaftliche Gerät ins Inventar bekommen hat, weil sie ja eine Außerirdische ist. Ui, ich war gerade kacken. Und dann wird mich jemand festnehmen. Ich glaube, ich bin auf der Toilette eingeschlafen. Oh, der geht weg. Oh, sie spielen jetzt. Sehr gut. Alles Müll. Alles, alles Müll. Er hat eine Kacke zu allen hier. Spielen mit. Da. Och, komm, wir machen mal eine ganze Runde hier. Ja. Ich würde mal zu viel, die euch dran setzen und ein bisschen spielen. Oh, wir hätten noch Floyd mit dazu nehmen können. Aber der hätte bestimmt gestummelt. Ich weiß nicht. Na gut, dann ist in Ordnung. Bleib halt nackig. Er könnte sich halt auch wirklich anziehen. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Oh, Let's Play Brettspiele. Da mache ich mit. Ja. Nichts passiert, Leute. Oh, der hat nicht mal hingeguckt. Ja. Oder? Wie geht denn das Spiel? Muss was aufbauen? Ach nee, muss was wegnehmen. Na gut. Oh, der ist ja voll jetzt Naturtalent. Okay, ich kriege das hin. Ganz vorsichtig, ich. Ganz vorsichtig, Kelly. Kelly, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh, 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 ja. Wie warst du hier essen? Nee, Cardi? Nee. Oh, 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 oh. Und Hand auf Blatt hat verkackt. Na toll. Ja, das kommt davon. Das ist Take-DV 2.0. Das wird nichts. Ja, das wird richtig schlimm. Na gut. Oh mein Gott, kann ich mich auch sonst noch zur Dusche stellen? Oh, siehst du, irgendwie auf dem Stein festgebackt. Deswegen ist sie nicht weggegangen. Das sieht immer so witzig aus, ja, ne? Deswegen ist sie nicht weggegangen, weil sie da einfach festgebackt ist. Oh. Geht muschen. Ui. Ja, ja, geh doch. Ah, stinkt, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. La, la, la. Hallo, Leute, la, la, la. Dopp-di-du-sit. Wenn ich im Dschungelcamp habe ich nicht mitgekriegt. Dopp-di-du. Sie war ja verbuggt, das konnte sie ja nicht mitgeben. Aber es weiß jetzt jeder, dass sie ein Alien ist. Ich glaube, sie hat sie mitgekriegt. Was wir auch noch diese Woche hatten, um mal wieder so einen Rückblick zu schaffen. Wir haben uns künstlerisch in der Natur, aber auch auf der Leinwand ausgetobt. Oder beziehungsweise die Simps, die Influencer, YouTuber, wie auch immer. Und ich muss gestehen, es ist mir jetzt keiner so richtig ins Auge gefallen, der richtig gut war. Also man muss ja sagen, dadurch, dass Rezo inspiriert war, war sein Gemälde das Beste von allen. Aber ich weiß nicht, wie es beim Busch war. Ich erinnere mich auch nicht mehr, wie es am Busch war. Aber dafür schalten wir direkt nochmal zurück in den Busch. Aus dem Busch, in den Busch. Ich glaube, Paluten hat das Testschen gemacht. Wegen Busch und Dschungelcamp. Okay, ich bin sehr gespannt, was jetzt aus diesen Büschen da wird. Rezo hat als Erster angefangen, er müsste ja noch als Erster mit seinem Gebüsch fertig sein. In dem, nachdem er kreativ und detailverliebt ist. Ja, das kann natürlich ein bisschen dauern. Also der hier, das ist ein Fail. Das ist ein klarer Fail. Der hier ist ein richtiger Bonsai. Ja, also haben wir 1-1. Also 1-1, 1-1 bis jetzt. Paluten hat das jetzt schon gemacht. Ja, Paluten war ziemlich cool. Ansonsten der Rest hat halt semi-interessante Sachen gemacht. Wir werden diese Botanik-Challenge auch nochmal machen, weil ich einfach gespannt bin, was dann nochmal passiert. Wir haben ein paar Sachen sowieso nochmal... Mit einer großen Hecke, geht das mit einer großen Hecke? Nee, das geht leider nicht. Sims, why you do this? Wir werden dann nochmal ein paar Sachen recyceln, auch gerade vorbereiten für irgendeine Dschungelprüfungen, die eventuell auch nochmal was mit Busch-Schneiden zu tun haben könnten, bei denen es dann harte Konsequenzen gibt, wenn sie es verkacken. Moment, du hast Busch und Hart in einem Satz. Das irritiert. Und dieses lustige kleine Jumanji-Knub-Spielchen dort, auch das könnte man mal in eine Dschungelprüfung mit einbauen. Im Deathmatch! Und ich dachte auch an solche Dinge wie The Floor's Lava. Das kann man nämlich auch. Das wird schwer im Dschungelkennen. Ja. Kann man sich an so einem Baum hängen? Weil wenn nicht, dann wird es schwer. Paluten schon, der hat seine Liane ausgepackt. Oh, ja, ja. Wie sieht er die... Moment, was? Gott, die ist wieder angezogen. Wir haben zwei Balken zwischen den beiden. Zwischen wen? Na, LeFloid und Max? Da guckt, unter dem roten Balken ist noch ein anderer Balken. Aber der war nicht so groß. Nee, der Balken zwischen den beiden ist bestimmt nicht so groß. Aber die haben irgendein... Die haben Brokeback Mountain... Die haben eine Brokeback Mountain-Nacht hinter sich. In dieser Beziehung ist irgendwas schief gelaufen. Ist noch etwas zu retten? Oh, okay. Das ist... Was haben die währenddessen nachts im Dschungel gemacht? Was haben die gemacht? Es war halt kalt. Und alle denken an Paluten-Schnippie. Es war halt kalt. Sie mussten sich... Menschliche Wärme ist halt immer noch die Beste. Das bedeutet, man kuschelt sich zusammen. So, ich glaube, Hanno war das kleine Löffelchen. Boah, schreibt doch mal in die Kommentare, was meint ihr, was große war das kleine Löffelchen. Komm, wir singen uns ein Lager vor, wie wir so. Wir können halt echt alles singen. Das klingt halt immer gut. Ja, ich habe auch gerade... Der hat ja auch Doggy-Style rausgehauen. Auch da klang es gut. Hat er? Ja. Muss ich mir noch angucken. Ja, das war halt... Die Musik macht halt den Ton. Der Text ist ja teilweise, wenn ihr euch so Texte von heutzutage anhört... Das ist alles im Doggy-Style. Besonders bei Popmusik, bei englischer Popmusik, die habe ich ja früher nie verstanden. Und als ich dann endlich Englisch in der Schule hatte und sie verstanden habe, habe ich immer gedacht so, okay, die singen eigentlich nur Bumsi, Bumsi, Bumsi. Sehr metaphernreich teilweise, aber da... Ja, guck mal, war doch ganz schön... Oh, erst mal spontan so... Oh, meine Freundin! Moment, warum sitzen die gegenüber? Ist da etwa ein Fuß zwischen Palutens Bein? Nee, 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 das ist nicht der Fuß. Das ist nicht der Fuß, Genas. Oh mein Gott, Paluten! Kelly kommt auch gleich so, irgendwas ist denn da los? Jetzt komm hier, komm, 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 sei... Ich bin noch... Hier, da Interessenreden. Riso, du musst dich wieder einbringen. Ja, nimm die da weg vom Spielen! Aber wie sie auch hinguckt, ne? Hi, Kelly und so... Könnt ihr euch woanders unterhalten? Und über den Tisch? Oh mein Gott! Weggegangen, Platz gefahren! Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, er hat den... Oh, er hat den Kuss zugeworfen! Und dann hat sie... Oh, oh! Und Riso hat richtig schön irritiert damit. Das Paluten sofort, sofort hat er falsch rausgezogen. Eiei! Was? Ja, jedenfalls wird das zunehmend kritischer... Kann man den falsch rausziehen? In dieser Beziehung zu spät? Was ist, was ist hier los? Liv Lloyd hat sich noch nicht so richtig eingebracht. Komm, du kannst dich mal mit Kaddi an... Liv Lloyd macht aktuell nichts, was ihn in der... Im Dschungel-Kern-Plast streamt. Aber das ist doch so ein bisschen pfeffrig dadurch, ne? Ja, ja, ich weiß, aber... Ich verdiene Geld mit Musik. Oh, ey, Leute! Ich bin der coole Dude! Laden-Dude! Nach Tagesordnung, ich kann sie bitten, abzuhängen. Okay, dann bitte ich, Kaddi abzuhängen. Hat sie das nicht... Hangle Floyd von der Höhendecke, so kopfüber? Ist das das? Ich weiß nicht, aber sie war doch die ganze Zeit nackt. Abgehangen hat sie auf jeden Fall. Das ist jetzt... Das ist eigentlich nur... Oh, nee, alle sind da. Oh, nein, 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 da stand unkontrolliert trinken. Oh, nein, 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 nein. Was hat... Was hat Kaddi gerade gemacht? Ich glaube, irgendwann... Ja, genau. Das ist so typisch Kelly. Das könnte ich mir von ihr mega vorstellen. Und in welchem Zusammenhang hat sie das gemacht? Was gibt es denn da überhaupt bei Witzen? Lustige Gesichter schneiden. Wahrscheinlich war es das oder so. Die kommt denen sich so, wenn ich ja lange genug drinnen sitzen bleibe, dann kann die Interaktion nicht durchgehen und er kann mich nicht beißen. Also werde ich den ganzen Tag an diesem Tisch selbst spielen. Genau so ist das. Ich will nie wieder was anderes machen. Aber es ist vorbei mit dem unkontrollierten Klängern. Ich habe gehört, dass du dich mit Max triffst. Glückwunsch zu deinem neuen Freund. Ich habe die ganzen News für euch. Ihr News-Time ist ein Scheiß dagegen. Meinst du, den sehen wir morgen wieder? Am Montag? Bitte nicht. Wie kam der eigentlich an die Ergebnisse ran? Es ist schon wieder Montag. Wo ist denn Mr. Trashpack, wenn man ihn mal braucht? Da kommen die Videos erst Mittwoch. Ach, scheiße. Da kennst du ihn doch. Oh, je, je. Mann. Da werden so viele Möglichkeiten. Die erzählen sich auf jeden Fall gerade an lustige Witze. Immer Bemerkungen über lauten Herzschlag machen. Was auch immer das bedeutet? Immer so als Vampir halt mal raushauen, ne? Ja. Vampirwitz machen. Hä? Wenn du schläfst, dann höre ich deinen Herzschlagen bis zu mir und es ruft mich. Ha, ha, ha. Äh, das ist nicht witzig. Sackgesicht. Sag ich mal, Wanne, die schlägt dich. Ui, 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 ui. Ja, Powerpuff-Girl-Style. Ui, 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 ui. Was ist hier los? Ja, also ich lese mal Witze im Internet. Ihr könnt ja schon den von dem Vampir und dem Rabbi in der Bar, war der jetzt Jugendfeindlich? Ich weiß nicht. Was macht ein Vampir, der keine Zähne mehr hat? Er steigt auf Tomatensaft um. Ha, für mich, für mich, für mich. Ihr könnt jetzt eine Flore drausworten, indem ihr nicht für ihn abstürmt, damit diese Witze nicht mehr passieren. Wir möchten uns entschuldigen im Namen aller Tiere, die dadurch zu schaden gekommen sind. Oh, ne, es sind verdammt viele Tiere zu schaden. Ich würde sie erzählen. Bitte nicht. Nein. Ui. Hat Kelly Hunger, oder... Ja, ich glaub schon. Hat das was mit dem Rausziehen zu tun? Was macht ein Vampir, der keine Zähne mehr hat? Er steigt auf Tomaten rum. Mann, Liv Lloyd kennt aber eine Menge Vampirwitze. Weißt du, der ist drei Millionen Jahre alt. Und er hat nur einen Witz. Selbst ich hab schon mehr Vampirwitze erzählt. Welche Bücher lesen Vampire gerne? Irgendwas, woran sie sich so richtig festbeißen können. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, für alle anderen abzustimmen, sodass Liv Lloyd rausfliegt, damit solche Witze nicht mehr passieren. Oh, es ist ihm auch grad mega peinlich. Zurecht. Pall und Gregor sind soeben gute Freunde geworden. Oh, du ist jung was. Das ist cool. Ich bleib hier so zu. Wir hören überhaupt nicht mehr aufzuspielen. Niemand geht an meinen Hals. Ich will nicht mit... Ich will, dass er sich jetzt Kelly schnappt. Nein! So Kelly... Achso, sie... Ja, ja, nicht Liv Lloyd. Richtig, gut. Und die nochmal hier auf ihren Stein gehen und ein bisschen plaudern, damit sie mal alleine sind. Man kann sie auch mitnehmen und dann dort ein Nickerchen machen. Wie ist denn eben Fruity Loops riecht? Wobei, das mag ich tatsächlich ganz gerne, wenn man Fruity Loops in dann frische Milch rein ist, riecht halt schon ziemlich nice. Aber ich muss sagen, Fruity Loops waren früher besser. Ja, da war auch mehr Zucker drin. Und da hatten sie noch mehr Kalorien, als sie jetzt haben. Wüsli hat verdammt viel Kalorien. Deswegen, ja. Ja, deswegen waren sie früher besser. Weil mehr Zucker drin war. Ja. Jetzt kann man halt noch Zucker dazu tun. Guck mal, sie nimmt ihre Fruity Loops mit, ne? Das ist doch mal was. Zack. Gut, dann hat sie sich noch nicht... Hierher gegangen, okay. Hat sie sich noch nicht entschieden zwischen Essen oder... Nom, 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 nom. ...oder Fruity... Äh, oder, oder Rezo. No. Er hat selbstständig eine romantische Interaktion mit ihr gemacht. Ui. Hat aber keine Herzchen gebracht. Dann müsst ihr euch noch ein bisschen anstrengen. Er geht jetzt erstmal Müll wegbringen. Wahrscheinlich... Rezo! Er sabotiert sich halt selbst. Ich bin mal gespannt. Oh mein Gott, ich muss das echt voll durchdrehen. Meinst du, Rezo weiß, wie man, wie man Menschen umgarnt und weiß dann damit was anzufangen? Ich hab keine Ahnung. Glaub nicht. Ich glaub, Rezo ist wirklich der liebenswerte Goldfisch. Ja, Rezo ist halt so ein Schmetterling, ne? Das ist halt so ein Ding. Er ist mal eine Raupe. Sie machen echt eine Wissenschaft daraus, die drei jetzt. Die haben sie festgebissen. Er hat auch keine Lust mehr, irgendwas anderes zu machen. Können wir das mit Shots spielen? Bis die immer betrunkener werden? Wow! Leider nicht. Leider nicht. Bei den Sims gibt's ja kein Alkohol. Können wir... Dann machen wir das beim nächsten Mal. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Apropos nächstes Mal ein gutes Stichwort. Unsere kleine Revue passieren-Folge ist so mit rum. Wir wollen euch jetzt auch gar nicht länger zulabern. Denn die Sim haben ja jetzt quasi ihren Party-Tag, wo ein bisschen Uhr einkehrt. Nichts mega krasses kommt. Und klängern wieder. Moin, Leute. Gut, dass du dich mit Gregor Ungarn gefreundet hast. Viel Glück, ja. Tschüssi. Und wir sehen uns dann am Montag wieder bei The Sims 4. I bims ein Star. Was? Was ist das? Was ist das? Der flirrt. Oh, 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 oh. Nee, nee, der geht was essen. Alles gut. Nee, was wegwerfen. Oh, er ist ja unwohl. Er ist schon hier. Er ist schon im Target. Und geht ins Zelt. Die schlafen. Schnell, Kronk! Okay, wir haben Kronk gerettet. Wir hoffen, dass er, dass er, dass es überhaupt noch was bringt, das ihr für ihn stimmt. Um ehrlich zu sein. Guckt euch den Lephörder an. Der platzt doch bald vor dem Blut. Wir werden ja sehen, wer dann beißt. Das ist ein Katsch. Tschüss. Tschüss. Nein. Aber ich habe Hunger. Oh mein Gott. Kronk! Den beiß ich nicht. Was? Aber der ist hier. Oder etwa nicht. Nein. Es gibt das her. Hilfe stimmt für mich. Stimmt nicht für Isa. Die soll raus aus dem Camp. Wir stehen gar nicht zur Wahl. Ah.